Ich muss mir irgendwie Wasser von oben hier runter reinschütten. Das wird womöglich die ganzen Fackeln zerstören. Aber sobald ich da irgendwie Wasser brauche, hole ich mir das von oben oder so. Meine Fresse, lass mich in Ruhe. Aber ich brauche ja Wasser, wenn da unten Lava drin sein sollte. Das habe ich schon mal gemacht. Da habe ich mich komplett durch die Lava gebaut. Nur mit dem Wasser. Das ist schon wieder hier Wolfram. Warum heißt das nicht Wolfram? Warum heißt überhaupt irgendwas wie... Das Wasser. Was willst du tun, ne? Alter, was? Jetzt schlemm ich hier fest, oder was? In your face. Wieso kommst du auf einmal hier her? Was bist du für ein verschissener Zauberer? Pah! Alter, fick dich doch mal! Mann! Ich habe mich das gerade aufrecht, ne? Ah! So, jetzt habe ich mein ganzes Wasser verloren. Nur wegen dem schönes Zauberer. Fick dich, Zauberer! Hast du mir denn ein schönes gedroppt hier? Einen beknackten Hut hier. Okay. Ja, ist okay. Mann, du hast überhaupt keinen Sinn, jetzt hier Wasser reinzuholen. Noch nicht. Nur diese Dinger hier mit Wasser auffüllen. Das wäre aber doof. Aber da unten ist gleich Wasser. Das heißt wohl, ich muss hier einen Schacht erst bauen. Und unten, bevor ich das letzte da unten zumache, schütte ich hier das Demelwasser voll und dann kommt das dann raus. Komm her. Ah, ah, ah. So muss ich bestimmt noch einen Weg. Ich müsste das unten irgendwie zukriegen. Dann gucke ich mal, ob ich das hier mit dem Wasser hinkriege. Den, was ich ein bisschen habe, dann kann ich dann die Schacht direkt bis nach unten hin bauen. Oh. Ja, das könnte hinbauen. Zimmer. Ich würde jetzt die Ränder noch wegmachen. Soll auch Stein sein. Das ist mir viel schöner. Obwohl, habe ich oben auch nicht drauf geachtet, oder? Red Husk, da ist doch mein Käfer gelandet. Ich habe doch gewusst, dass ich irgendwo mein Käfer verloren habe. Dass ich das noch wieder finde, ist echt Wahnsinn. Und so, jetzt müssen wir erstmal die ganze Scheiße mit Wasser auffüllen. Ich muss mal gucken, ob ich oben Wasser herkriege. Ja, leck mich doch. So, was von. Es ist immer schön hier im Grob-Web-Fahren. Warum heißt das denn nicht Grob-Web? Was heißt denn das eigentlich genauer? So, wenn ich das jetzt hier weg mache, dann fließt das ganze Wasser da unten rein. Wunderschön. Ach, ja, schon. Hallo? Na, ist jetzt egal. Hänge ich hinterher wieder ran. Cool, warte mal, da ist noch mehr Wasser. Blood Moon. Blood Moon. Blood Moon. Darauf wärmt sich das Wasser auf einmal hier so rot. Krasse Sache. Mal, aber ich will hier vorher noch das eine Becken öffnen. Ja, 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 ich geh mal eben hoch, das ist besser so. Passt denn, was ist das Wasser? Woah, das muss man bitten Was ist die andere Hand, die kaputt war? Ich will noch zum Blutmond rechtzeitig oben sein Bisschen Geld verdienen Ich muss das ganze Wasser hier unten verteilen Ich frag mich, wer ist hier in der Röhre voll? Das war ja schon mal Blutmond Sind die ein bisschen stärker Wie mir scheint sind die auch ein bisschen größer bei Blutmond Achja, die reißen die Türen hier aus Die machen die nur auf, ja komm, dann kannst du auch aufmachen Au, ist das eine Action hier Kann ich auch noch halten Die Tasten sind so fest Das liegt am ganzen Cola-Zeug, so was da das zwischen Bonbons und Affen Ich kann da draus zwei Tage essen oder so Bestimmt Hm, ein bisschen scheint es mir zu lenken Aber da oben läuft schon 30 Stunden Ja, jetzt bin wir ein bisschen näher Und noch diese Framekacke Blümchen sammeln, das geht Stich Ja, so gut Joa, guck mal Die Augen sollen noch mehr sein. Ich brauch mehr Augen. Ich brauch die schwarzen Linsen. Ich nehme mal hier meinen... Mein Zauberstab. Wo ist denn der? Zauberstab. Zauberstab. Okay. Nein, Ranken. Rankenstäbchen. Sterb. Sterb. Irgendwie sowas. Ein Zombie-Banner. Der frisst aber viel. Ich sollte mich nicht hier drin so aufholen. Alter, jetzt bleib doch mal so ungeschmeidig. was weiß ich nicht, ehrlich. Oh. Ich frage mich gerade, ob es irgendwie eine Hockeymaske oder sowas gibt. Ich dachte, wäre mal interessant. Ich würde mir etwas eingefallen dazu. Ich überlege gerade wegen dem Outfit und sowas. Ich will ja nicht mal der Textmann hier sein. Gibt es hier noch mal richtig Action oder so? Was ist denn? Ich hänge mich einfach ans Haus und dann warte ich auf die Zombies. Hey Spacko-Zumbies. Ich glaube, wir müssen sie einfach so weg. Oh. Oh, Leute. Oh. Das war's für heute. Hm. Wann es sein, dass ich gerade eben eine schwarze Linse bekomme? Nee. Normaler. Yo, jetzt kommen sogar diese da. Was willst du denn tun hier? Oh Gott. Kiste voll mit Scheiße. Puh. Nein, ist noch nicht vorbei. Ich dachte, er wird nicht vorbei, oder? Hm. Jetzt ist es zu Ende. Sehr schön. Ich hole sowieso mal hier hoch. So, Tito. Tito, Tito. Hallo, meine komischen Hausbewohner. Dich muss ich ja ständig nerven. Was ist das hier? Wolke? Doppelsprung? Herbert? Pfad in der Jar. Doppeljump. Doppeljump. Ähm. Was bringt mir das jetzt? Ja. Und das gleiche ist das hier. Im Prinzip ist das nur wie das Furzkissen, nur mit dem folgenden Ding. Und was kann ich dahinter heraus bauen? Ich tue es erstmal in die Kiste. Ich tue es erstmal in die Kiste. Jetzt muss ich hier auch erstmal alles wegstecken. wegstecken. Guck mal da. Hm. Ich könnte ja schon wieder mit Farben rumspielen, aber da habe ich gerade keine Lust zu. 4% Bewegungsgeschwindigkeit oder was? Ja. Na komm, nehme ich das. Fickle Strike. Defense. Ah, lege ich erstmal weg so. Das behalte ich. Das ist Obsidian. Da möchte ich gerne wissen, wieviel ich dafür brauche. Für den scheiß Totenkopf. Hallo. Na, alles fit? Gib mir doch mal das. Ah, was denn jetzt schon wieder? Mann. Kann ich nicht anklicken. Obsidian Skin. Immunität gegen Lara. Obsidian Brick. Ah, dafür brauche ich das auch. Oh, krass. Was ist das denn? Beschwert die Bienenkönigin. Honig Block. Crispy Honig Block. Stachel... Heif? Weiß ich nicht. Hätte ich nicht alles brauchen dafür. Was brauche ich da? Ofen. Alter, irgendwie spackt das gerade schon wieder so ein bisschen rum. Es ist echt nervig mit diesem Wachs manchmal. Jetzt geht's. Und das Bett für uns nicht. Ja, der... Da kann ich dann... ...nicht kaputt gehen gegen... ...gegen so... ...warme Blöcke, sag ich mal. Oder heiße Blöcke. Verletzt mich nicht. So wie bei dem... Uch, wie hieß es hier? Meteorit. Ich will erstmal nach unten. Nein, ich will erstmal nochmal nach oben. Denn ich habe etwas vor. Ich muss bei dem Schneider mal reinschauen. Hallo Schneider. Helge. Äh... Ein Gold. Jetzt weiß ich nicht. Ich würde mir erstmal davon was holen. Um zu gucken. So, erstmal alles Geld mitnehmen hier. Ich kann ja Geld scheißen im Moment, weiß er.